jo leute was geht ab man hier am start ja bevor jetzt gleich der zocker video anfängt wollte schon mal ganz kurz sagen da ich ja jetzt ab sofort auch auf twitch anfangen ich habe euch ja ungefähr schon vor einem monat oder so den link hier rein geknallt dass ich wie gesagt jetzt so in der februarecke bei twitch anfange wie schon gerade erwähnt habe ja ich habe mich hier auch so ein bisschen ein paar jungs angeschlossen die auch schon länger so am twitchen sind und die haben auch ihre website so ein bisschen empfohlen habe ich mich mal ein bisschen durch gelesen und so ich werde den link mal unten verlinken da könnte auch mal gerne rein schnuppern und könnte mal drüber schauen und ja da wollte ich einfach nur bescheid sagen dass da unten halt ein link drin ist und falls ihr interesse dran habt dann könnt ihr natürlich mal gerne rein lauern leute in diesem sinne jetzt gleich geht es weiter mit dem zocker video haut rein jungs jo leute was geht ab man hier am start ja ich muss noch ein bisschen undercover filmen leute deswegen kann sein dass ich dann immer nur die kamera an mache wenn ich irgendwo frei spiel ab ich bin nämlich jetzt in einer ganz anderen halle und nicht in der stammbude deswegen leute werde ich auch nicht so viel labern betBen so so da man 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 das Okay. Ich krieg die Klofrau ja mehr. Nichts? Nur Schrott, ey! Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich will jetzt da mal reingehen, damit ich ein bisschen drücken kann. Es lohnt sich nicht zu drücken, es geht direkt schwimmen. Sollte der so mindestens 20 Euro sein, damit sich das bisschen lohnt. Einfach so und Finger drauf halten. Kurva Jebana, fast 100 kaputt. Da komme ich da manchmal ein bisschen mit hier. Diese vergammelte Stufe packt er nicht ausgerechnet die letzte. Wenn ich es mal Bücher geben kann, ein bisschen Wut machen. Ich finde auch eine Chance. Ich werde das jetzt noch ein bisschen mit dem Cimmer machen, damit ich die nicht so lange drauf halte. Ich denke, es wird nicht so, dass ich es auch nicht so gut bin. Es ist das Worte auf der anderen Seite zu machen. Ich werde das jetzt mal, wenn ich es nicht so gut. Ich werde das jetzt noch mal richtig machen. Ich werde das jetzt mal mit dem Schiff ausgerissen. Ich werde das jetzt natürlich ein bisschen mehr machen. Ja, ein schmutziges Vieh. Ja, Leute, ich muss mal laden, Mann. Weiter geht's. So, ich muss mal, Mann. Ich muss mal, Mann. So, ich muss mal, Mann. So, ich muss mal, Mann. Ich nehme... So, ich nehme am Tuesday. So. Ich nehme mir an, Mann. Das war's. Das war's für heute.